ja hallo leute willkommen zurück zur nächsten folge minecraft dungeon und heute habe ich auch endlich mal die swiki dabei ich habe irgendwann mal gesagt dass der dabei ist heute ist er dabei ja das ist nice und ja swiki darf sich aussuchen welches level wir spielen ich würde sagen wir sehen uns gleich im lager wieder du hast die auswahl zwischen der kürbisweide der kakteenschlucht und der feuerschmiede ich würde die feuerschmiede gern spielen ich habe mich in den kommentaren gelesen dass einer die feuerschmiede die feuerschmiede wollte ja weil ich die schon dreimal oder so gesagt habe dass ich die mitte spiele ich habe auch gepasst ja aber das macht mich sowieso meistens okay dann sei mal kurz ruhig mutig oder so ich will die story immer hören in der feurigen schmiede lässt der erzilliger grauenhafte maschinen welche die dörfer der oberwelt verfüsten das muss aufhören schlage mit ganzer stärke zu und mache diese schmiede dem erdboden gleich btw ich bin schon tot an was bist du gestorben du hast übersprungen oder nein ich habe die mitgeguckt aber ich bin einfach tot gewesen ich glaube das war nicht das ganze video du hast übersprungen du lügst mich an ich habe nicht übersprungen ja ist mir egal du hast übersprungen bei der wenn du das video gesehen hast war bei dir da am schluss so golems also ein golem war da ein golem ja weil das waren nur die babys vor dem richtigen golem gegen den wir am schluss vielleicht kämpfen müssen nice okay aber du hast trotzdem übersprungen du lügst mich schon wieder an neil ich hab wirklich übersprungen du hast wirklich übersprungen nein oh ich bin gleich tot was ist denn da los höchste schwierigkeitskampf war nicht gut warum das ist noch alles easy ja deswegen warst du schon mal tot naja ich weiß dass wir da reinkommen alle da gibt's doch von Land mehr gespielt gar nicht nix dafür so hier erstmal alles weg schnitzel ich mit meinen fünf live oder so gut dass ich meine geile fähigkeit habe wo ich immer wieder live legerieren kann Apfel Loot 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 ist ja easy hier alter ist doch keine herausforderung mehr na chill mal das wird schon noch schwieriger ich chill schon aber ich werde eh gechillt jetzt gehts ab hier alter kommt her zack 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 ich schieß da alle tot alle toooot alle sind da so jetzt sind wir erstmal hier da wo wir eigentlich hin müssen das war ja nur der eingangsbrech schau mal da ist ein tote schaust du jetzt echt an na ok gehen wir weiter ich würde sagen wir versuchen nicht hundert prozent zu machen wir versuchen nur irgendwie durchzukommen und zu überleben und so das war kein hilfe das irgendwo zauber weil der zeug aus der erde schießt ne 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 mein ding fand ich ja so dass ich zum taten ja es gibt auch so feindliche magier in dem level ich habe es schon mal versucht zu spielen ich habe es aber nicht geschafft das level und deswegen wollte ich dich halt unter ja weil der boss am schluss ne weil du scheiße wurst und jetzt schaffen wir es weil du jetzt hier jeder der den jau kennt bitte in die kommentare das würde mich interessieren. Ja, das ist von Pokemon, Ultimate Ninja Storm, Peace. Ich habe keine Pfeile mehr, deswegen kann ich nicht schießen. Ja, das ist ein Digimon. Ey, Digimon, mach mal keine Jokes. Digimon ist purer Ernst, Alter. Der Digimon ist mit Lustig. Ne, okay, ich fange jetzt mal nicht an zu sehen, okay, ich erspare jedem mal das Leid. Weg da, weg da, weg da, weg da! Boah! Ich habe das mal schon bekommen. Ja, weil du genau noch im Rang gestorben hast, das hat man doch gesehen, das weiß man doch. Ja, das weiß man doch, das ist ja normal, ne? Ich habe immer noch keine Pfeile, was soll der Dreck? Also ich habe bisher keine Probleme, ich glaube, so großartig. Also weil das hier, wenn ich gestorben bin, dann geht's hier nochmal nicht drüber, ne? Das sind noch so viele Viecher. Schau mal, Swicky, da sind Zauberer. Wo bist du? Ja, ich komme wieder zurück. Ja, ich hole mir mal die Vordatskiste hier. Und du hast den Gegner ja ausgelassen. Ja, weil ich keine Pfeile hatte. Da sind sie nochmal Pfeile für dich. Ja, danke. Wollen wir die Gegner töten oder weiterlaufen? Ach, Rinder, was soll der Geiz? Ich brauche die Games, Junge. Hallo, meine KD muss besser werden, Junge. Ich habe 10.500er KD. Okay. Okay, ich habe weiter. Mit Pfeilen ist das doch so ein bisschen angenehmer, das Ganze hier. Whetstone Golem Nummer 1. Das Level ist halt echt verdammt lang. Deswegen würde ich, wenn es geht, nicht alle Gegner töten wollen. Ich bin tot. Ich bin tot. Du kannst wahrscheinlich vor ihm abhauen und mich wiederbelegen. Der ist nicht so schnell. Oder du tötest ihn. Der hat fast kein Life mehr. Der schießt hier doch einfach. Versuche ich auch schon, aber es ist... Der hat kein Life mehr, wenn du ihn einmal schlägst. Ey, ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. Alles okay. Ey, das war so unglücklich, dass mich eine Spinne einfach da eingesperrt hat. Oh, lecker, Alter. Meine Güte. Okay, so. Scheiss, alles selber machen hier, ey. Ja, ich habe alles selber machen. Das ist ein Zauber, das ist keiner von uns, der tot ist, wo der ist. Nein. Ja, das sind wir dagegen, ne? Gut, dass du wieder tot bist. Meine Güte. Warte, ich weiß nicht, was mich da getötet hat. Sorry. Ja, durch die Steinwände kannst du nicht durchschießen. Auf was schießt du eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß, dass da Vorräte sind. Wie lebst du mich gerade durch den Fuck? Sei dankbar, Junge. Sei dankbar. Fuck Zombie-Golem. Äh, Zombie-Baby-Tro... Ja. Schnauze, ja. Ah, gut, gut. Ey, ich geh jetzt voll hart um rein, Junge. Nee, geil. Ich nudel jetzt alles weg da. Achtung, fette Sprengung. Wie viel sind denn da noch? Was ist denn da los für eine Party, Junge? Ja, die haben mich gefangen genommen. Ja, ich seh's. Hätt ich dadurch wiederbeleben. Würde ich nicht riskieren. Okay, okay, okay. Chill, 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 chill. Okay, da, okay. Achtung, bei diesem Guler ist die Tower der inkludiert. Alles clean? Ja, ne, davon sind noch ein paar. Ich glaube, jetzt haben wir's. Das hat'n Krampf, Alter. Alter, ja, das Problem war, dass wir die Magie nicht schnell hochdaufen. Okay, deswegen würde ich versuchen, zu unnötigen Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Also, unnötigen Kämpfen immer schön entgegen gehen. Ja, finde ich schön. Schweinchen. Ja, sowas hier können wir machen. Wir sind hier bloß ein paar fucking Skilette. Okay, hier gehen wir nicht lang. Ja, ja, da sind wir schon wieder zu viel. Ignorier den Scheiß da und geh weiter. Warte, lass'n Magier, den wir schnell töten. Gehen wir hier oben lang, das ist nur ein Magier. Lauf, lauf, lauf. Ich hab' gesagt, dass das Level schwierig ist. Ich tue die Vorwächte an, ist mir egal. Rot. Ich hab' bei Schritte Berserkar gemacht. Alright, let's go. Äh, jetzt kommt noch mal so ein Krampf-Part. Wir müssen nicht nur den töten, der, wenn du die Nähe von die Säulen gehst, spawnen da ganz viele Gegner und die sind nervig. Ich glaub' zu zweit könnte es halt so ein bisschen entspannter werden. Ich geh' gleich tot, schon mal. Ich werd' halt nix fahren. Apfel, Apfel, Apfel. Lock' den da raus, Junge. Ich hab'n gleich, ich hab'n gleich, ich hab'n gleich. Okay, tot. Alter, ich bin einfach sowas gerade reingegangen, ne? Ja, ja, ich hab' von hinten die ganze Zeit mit Berserker geschlagen. Und ich hab' euch, hier hat auch alles Intrus, alles. Der hat einfach auf dich so, okay, jetzt müssen wir die komischen Säulen alle aktivieren. So zweit kann man das so relativ taktisch, aber zusammenbleiben, weil jederzeit immer wieder so ganz... Schaut, das Zeug, da muss man vier sehen. Es löst immer so Feuerstrom aus. Ja, der hat mich gerichtet. Noch Windstone Golem! Ja. Ja, wir könnten dann auch einfach ignorieren, die ganzen Säulen machen und dann weitergehen. Das ist doch langweilig, Junge. Das ist doch auch nicht gut fürs Video. Ja, ne, wir sind ja schon oft genug gestorben. Junge, wir brauchen den Wagenkampf hier. Ja, okay, dann töten wir halt. Ja, danke. Wo sind wir? Da, der läuft dann. Oh, komm, Alter. Wenn wir alles Intrus, was wir haben, kann, Alter. Oh, ich wär' ja auch fast tot gewesen. Ja, schaffst du aber, wenn du nicht scheiße wirst. Drift das Viechtuch. Ja, nettes Schwein angreifen. Da hab ich schon wieder Schwein getötet. Äh. Okay, Golem tot. Erst möchte ich schnell wiederbeleben. Ja. Alles alles in Ordnung. Scheiß Spinnenklappe, Alter. So. Der zuerst würde ich wohl schon die Tower aktivieren, ne? Ja, ja. Ich hab' keine Ahnung, wo die alle sind. Ja, ich seh' einen. Ja, in meiner Richtung das informieren. Es war verknappt, dass ich auch gestorben gegen den Scheiß. Cooler. Ist doch alles entspannt, oder nicht? Äh, weil ich die alle einfach mit Bo... Oh Gott, wie viele Villager sind da? Illager. Villager, 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 alles der selbe. Schweiß heutzutage. Ey, tut dir selber einen Gefallen und geh nicht durch die Türen durch, weil da drinnen ist dann der Raum und ganz viel die auf einmal kommen. Achtung. Ja, danke. Achtung. Äh. Achtung, TNT. Achtung. Haben wir jetzt schon alle, oder? Ja, wir können rauslaufen einfach. Ich glaub' der Alarm ist loskommt, falls du den hörst. Die, ich hab' Angst. Nein. Ich bin getrapped, Hilfe. Lauf, Junge, lauf. Hier haltest du die Schnauze. Was ist da los? Lauf, Junge, lauf. Ich kenn' das Wort laufen nicht. Ich bin Kampfmaschine, Junge. Ich bin wahre Kampfmaschine, keiner kommt gegen mich an. Ich bin schon wieder getrapped. Okay. Stärke tragen, ihr Doron, jetzt ab, die Party hier. Ich hab' Pfeile in meinem Kopf steckt, das juckt mich doch nicht. Alter, ich bin geboostet. Geboostet. Ich bin tot. Längst mich. Kannst du mich wiederbeleben, gleich mal oder so? Achtung, da ist ein Explosionsseries, das ist dein Heiltote. Okay. Scheiße, Alter, was ist denn da los? Alter, ich geh' da durch, ich mach' alles fertig, gesund. Ich bin tot, Hilfe. Ja, sorry, dass ich mir keine Heilung gerade hatte. Aber ich glaub', du verstehst, warum ich Hilfe für das Level wollte. Ich mach' alles ja alleine fast. Das stirbt doch gar nicht. Ich mag dich an die Stelle vor drei Minuten oder so erinnern, wo du tot warst. Ja, jetzt bitte hier wieder einblenden, Dankeschön. Ja. Und danke für... Der Heilungstotem ist aber echt praktisch, muss ich zugeben. Ich weiß. Hab' ich auch ausgewählt, ich bin auch klug. Ja, ich hab' den halt nicht. Ja, bist aber scheiße. Muss mehr spielen. Du bist scheiße. No way, don't go live. Ja, danke, dass... Ich bin Maximum getrapt, ich bin Maximum getrapt. Ich bin so tot, ich bin so tot. Ich auch nicht, ich bin tot. Alter, ich bin so getrapt, ne. Okay, wollen wir von hinten lieber angreifen? Erstmal ein Schweinchen. Erstmal ein Schweinchen. Junge, was ist denn da los? Was? Auf was schieß ich denn da? Wir müssen zuerst die komischen Magier töten, die die Säulen aufstellen. Na, Golem! Okay, wollen wir erst den Golem rauspicken oder so? Was? Alle sind tot und landen da jetzt. Der ist gleich tot, der ist so quasi so gleich tot, Junge. Okay, Golem tot. Okay, da... Das wär's gewesen. Hast du das gesehen? Du stirbst jetzt erstmal noch. Ich hab schon wieder keine Pfeile. Ich überlege, was wir probieren, wenn wir beim ersten Mal hatten. Ähm, halt bei mir bei der ersten Folge. Ich würde jetzt einfach durchfliegen eigentlich schon bei den Equillagers. Ja, und du wolltest hier deinen Low-Account nehmen? Ja? Wär ne gute Idee gewesen. Ich hab nicht mal einen Low-Account. Ja, ich hab schon wieder keine Pfeile. Wo müssen wir eigentlich lang? Ich snipe erstmal alles weg, oder? Garle, gar... Ich bin One-Hit gewesen, ich hatte Full-Life! Danke. Okay. Hier manchmal ich gehe den Tote. Ja, ich bin voll, ich bin voll, alles cool. Da ist so ein Schamani, den töte ich mal schnell. Äh... Okay, wenn vier Villager oder Illager auf ein gleichzeitig schießen, wundert's mich nicht, sehe ich gerade. Okay, Level Up, wo bist du? Hier unten irgendwo? Hier unten irgendwo? Ich mach kleine Wechselreihe. Oh Gott, oh ja, was ist denn da los? Alles entspannt, Junge. Okay, hab dich wieder gefunden. Hi. Bist'n du für'n fliegendes Fisch gewesen? Oh, Leute. Geh mir, geh mir, geh mir, geh mir, geh mir. Schön, dass du mir meine Pfeile wecknest, wo ich eh schon keine hab. Was vielen Tote und dass ich auch noch ein bisschen nachgeht werde. Na, kommt Big Baba Boss? Jetzt kommt der Boss gleich, ja. Big Baba Daddy, Alter, der kommt jetzt, Alter. Doch, doch, das ist der Boss. Ich bin ausgespäht! Ich bin ausgespäht! Äh, mach mit, 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 mit. F1. Was ist F1? Äh, so, äh, hier. Ach, okay. Es gibt nen Weg reinzulaufen, weil wenn du stirbst, ist das Augzug gespäht, weiß ich noch. Schön, dass ich keine Pfeile für Nackern hab, Junge. Sorry. Bietrang. Äh, die kleinen Viecher sind wir auch böse. Die muss man am besten töten, aber das Gute ist, da kann ich mir sehen für meine Fähigkeit holen. Aktivier nicht die komischen Dinger, aktivier die nicht, das ist böse. Ja, das ist ein Gegner, das ist ein Gegner, Junge. Okay, ich hab mal ganz kurz ein bisschen Wein gematcht mit Berserk, gell? Hat ein bisschen Damage umgebracht. Okay, ich bin, ich bin nicht gerade echt vorgegangen, ne? Ja, ich hab auch ein bisschen Damage gemacht. Ich bin jetzt noch ein bisschen bei der hinten, weil ich gerade echt ein paar Probleme habe mit meinem Leben. Oh Gott! Ah, mich hab die Kugel gekillt. Naja, die Kugel versuchen immer zu töten, so schnell es geht. Äh, mit 4 Euro oder wo man auf einkommt. Er kratzt die Idee hochholen. Es sei denn, machst du einen Kugelangriff oder sowas? Okay, hab dich. Nein, ich brauche nicht. Fuck, 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 fuck. Okay, wenn er mal wieder irgendwo in eine Richtung auf dich geht oder so, kann ich mich wahrscheinlich von hinten Berserken. Ich, ich verzauber von Zauber, okay? Maul, Junge. Okay, ich hab noch so ein bisschen rein Berserk, mal kurz. Ja. Ja, ja. Oh Gott, hab ich jetzt Damage kursiert, fuck. Nein, zerschabt, zerschabt. Ich hab die Doten nicht gemacht. Ich hasse es, keine Pfeile zu haben, Junge. Wer ist weg von hinten drauf? Huuuuh. Ich bin tot, aber ich bin tot. Ich hab'n getötet. Ich hab'n getötet. Ja, ich muss noch die ganzen kleinen Kugeln töten schnell, ich bin auch fast tot. Doch, ich will dich aus dem Arm. Doch, warte, ich hab' die Kugeln schnell getötet. Jetzt spawnt auf einmal Monster hier drin oder was ist da los? Alter. Eins. Okay, abhauen, abhauen, alles ignorieren, Junge. Einfach run ball run. Oh fuck, Junge. Ich weiß nicht, ob's noch weiter geht oder so, ich war hier noch nie. Ja, jetzt machen wir noch drei weitere gleichzeitig. Töte den Sauber, dann töte einfach schnell den scheiß Sauber. Hier in der Mitte ist ne fucking Treppe, wollen wir vielleicht da mal hin? Junge, komm zu mir, komm zu mir. Irgendwie sehen wir den ganzen Scheiß. Oh, ich will da raus, ich will da sowas von raus. Ja, was ist denn da noch das? Oh Gott sei Dank, Alter. Ich hab' keinen Bock mehr, ey, aber da waren mal ein bisschen zu viele Bosse. Alter. Ich geschlafen, ich hab' keinen Bock mehr, Alter. Man merkt schon, das Schwierigkeitsgrad zieht so langsam so ein bisschen an. Ja, war schon entspannt, oder? Ich hab' einen Zombie besiegt. Nice. Besiegte Spieler 14. So viele Gegner hab' ich getötet. Ja, das geht ja schön aus der Kiste, mal schauen. Ja, ich hab' deinen geilen Totem bekommen. Nice. Nice. Okay, dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir sind psychisch am Ende. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn, äh, Swicky, äh, noch mehr Zombies für mich herschafft. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Schau auf jeden Fall mal bei Swicky vorbei. Tschau. 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 venidos. Untertitelung des ZDF, 2020